Hi und herzlich Willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich heiße Sarah Heinen und bin Coach und Teacher für Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis. Ich eröffne dir den Weg, dich selbst leiten und lieben zu lernen, um aktiv ein Leben zu erschaffen, das mehr und mehr deinem wahren Selbst entspricht. Im Neuanfang-Podcast unterstütze ich dich mit Gesprächen, Ideen und Übungen bei deiner Transformation hin zu deinem magischen inneren Kern. Denn je mehr du diesen inneren Kern kennenlernst und dein wahres Selbst lebst, desto mehr wirst du dein Sein lieben und deine Bestimmung leben. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und es geht heute um die verschiedenen, genauer gesagt die fünf Formen der Selbstfürsorge. Wir werden uns anschauen, was diese fünf Formen oder fünf Bereiche der Selbstfürsorge sind und was du in den jeweiligen Bereichen für dich tun kannst. Außerdem gebe ich dir noch ein paar Hinweise, wovon es abhängen kann, welcher dieser fünf Bereiche, welche der fünf Formen der Selbstfürsorge für dich am wichtigsten ist. Von Mitte Oktober bis Anfang November steht im Neuanfang-Podcast vier Wochen lang das Thema Selbstfürsorge im Mittelpunkt. Denn im November startet wieder Fill Your Cup, mein Online-Kurs für Selbstfürsorge und Bedürfnisse, in dem du lernst regelmäßig und langfristig besser für dich selbst zu sorgen, auch wenn das bisher nicht geklappt hat oder du glaubst, keine Zeit dafür zu haben. Ich bin gerade dabei, den Kurs komplett zu überarbeiten, weil erstmals mein Wissen über Human Design mit in den Kurs einfließen wird, was ich in den letzten anderthalb Jahren zusammengetragen, erfahren und ausprobiert habe. Und Human Design wird dir im Fill Your Cup-Kurs helfen, deine ganz individuelle Form der Selbstfürsorge zu finden, die passend für deine einzigartige Energie ist. Mehr über den Zusammenhang zwischen Human Design und Selbstfürsorge bzw. deinen Bedürfnissen hörst du in der nächsten Woche. Die Anmeldung zum Kurs ist jetzt geöffnet und du findest die Anmeldung und alle weiteren Infos unter sarah-heinen.de slash Kurs. Und am Ende dieser Episode werde ich dir auch noch ein bisschen mehr zu Fill Your Cup erzählen. Wenn du den Neuanfang-Podcast regelmäßig hörst, dann würdest du an dieser Stelle die Dankbarkeitsminute erwarten, doch die macht für die Zeit des Selbstfürsorgemonats eine kleine Pause, was natürlich nicht heißt, dass du nicht jetzt auch kurz pausieren kannst und dir kurz ein paar Gedanken darüber machen kannst, wofür du gerade ganz besonders dankbar bist. Aber wir starten jetzt möglichst schnell in die Episode rein. Ich sag das immer wieder, wenn du auf Social Media irgendwo das Hashtag Selfcare oder vielleicht auch Selbstfürsorge, was natürlich nicht ganz so sexy klingt, eingibst, dann bekommst du eine Mischung aus Schaumbädern, Schokolade, Kristallen und Yoga-Posen. Und auch wenn alle diese Dinge natürlich von Herzen gerne Teil deiner Selbstfürsorgepraxis sein dürfen, ist Selbstfürsorge meiner Ansicht nach noch so, so, so viel mehr. Und zwar nicht nur Dinge, die immer nur, ja, sofort Spaß machen und entspannen. Das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil der Selbstfürsorge, aber es gibt in meinen Augen auch noch einen Bereich der Selbstfürsorge, der vielleicht sogar eher herausfordernd ist, der aber ganz, ganz wichtig ist dafür, dass du, ja, gesund, zufrieden und ausgeglichen bist. Und das ist genauer gesagt nicht nur ein Bereich, sondern, ja, eine Sammlung von verschiedenen Selbstfürsorge-Praktiken, die ich in verschiedene Bereiche unterteile. Ich arbeite mit einer Unterteilung von fünf Formen der Selbstfürsorge, eben auch im Fill-Your-Cup-Kurs. Und ich finde das hilfreich, Selbstfürsorge in so, ja, in Anführungsstrichen Kategorien einzuteilen, weil dir das einen besseren Überblick geben kann, was Selbstfürsorge eigentlich alles sein kann. Und, ja, an welchen Stellen du für dich vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen darfst, was das Thema Selbstfürsorge angeht. Denn idealerweise sorgst du in all diesen fünf Bereichen gut für dich. Aber je nachdem, wo du gerade in deinem Leben stehst, was in deinem Leben passiert, wird vielleicht mal der eine oder der andere Bereich wichtiger für dich. Und diese, ja, Kriterien oder diese Dinge in deinem Leben, die beeinflussen können, welche Formen der Selbstfürsorge gerade besonders wichtig für dich sind, das ist einfach einmal vielleicht die Phase, in der du gerade in deinem Leben bist. Sei es auf deinen Job bezogen, sei es vielleicht auf Familie und Kinder oder Partnerschaft bezogen, sei es, dass du vielleicht gerade umziehst oder was auch immer. Wir durchleben ja in unserem Leben alle immer verschiedene Phasen, die sind mal länger, mal kürzer. Und je nachdem, in welcher Phase deines Lebens du gerade bist, wird der ein oder andere Bereich der Selbstfürsorge wichtiger für dich. Dann ist für mich auch immer eine Frage, wo in meinem Jahr stehe ich? Ich brauche im Winter andere Formen und auch vielleicht ein bisschen intensivere Formen der Selbstfürsorge als im Sommer. Weil im Sommer, ja, eh einfach mehr Energie da ist und im Winter es alles ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen dunkler ist und da weiß ich auf jeden Fall, dass ich mich im Winter noch ein bisschen besser um mich selber kümmern darf, als ich es im Sommer auch tue. Dann kann es einfach, ja, sein, wie deine Woche gerade läuft. Vielleicht hast du eine entspannte Woche, vielleicht hast du eine unglaublich volle Woche. Ich persönlich versuche immer, egal wie voll oder entspannt meine Woche ist, Selbstfürsorge in meinen Woche unterzubringen. Sei es jetzt zum Yoga zu gehen oder meine Morgenroutine zu machen. Ich weiß auch, dass es immer mal wieder Tage gibt, wo vielleicht andere Dinge in den Vordergrund rücken. Und das versuche ich dann im Laufe der Woche aber mit meiner Selbstfürsorge auch auszugleichen. Und schlussendlich kommt es auch auf die Phase, ja, an, wo du gerade auf deinem Weg stehst, auf deinem Weg zu dir selbst, deiner persönlichen Weiterentwicklung, wie sehr Selbstfürsorge vielleicht schon ein selbstverständlicher Teil deines Lebens ist oder eben auch noch nicht. Das heißt, je nachdem, ja, wo du stehst und wie es dir geht und so weiter und so fort. Ja, es sind ganz, ganz viele Kriterien, die dort eine Rolle spielen, welche Form der Selbstfürsorge für dich wichtig ist und ja, welche Strategie du auch innerhalb der verschiedenen Formen der Selbstfürsorge für dich nutzen darfst und kannst. Dann schaue ich im Fill Your Cup-Kurs mit den TeilnehmerInnen auch immer ein bisschen auf das Thema Yin und Yang, die maskuline und feminine Energie und wie sehr die Personen eben eher Yin oder eher Yang betont in ihrer Energie sind. Und das ist unabhängig vom Geschlecht. Wenn das ganze Thema neu für dich ist, es gibt dazu schon zwei Episoden, die werde ich dir auch mal in den Shownotes verlinken. Auf das Thema Selbstfürsorge bezogen schaue ich da mal so drauf, dass Menschen, die vielleicht eher, ja, so Schwierigkeiten haben, in die Gänge zu kommen, sich treiben lassen und vielleicht eigentlich eher so ein bisschen Entritt in den Allerwertesten brauchen, beziehungsweise wenn sie denn, ja, zum Beispiel vielleicht auch ein Thema mit Grenzensätzen haben oder so, ja, weil sie eben so sanft unterwegs sind, sag ich jetzt mal. Dass dann andere Formen der Selbstfürsorge wichtig sind als für Menschen, die eh sehr in der Yang-Betonung sind und immer machen, 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 tun, 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 schaffen, schaffen, schaffen. Die brauchen dann wieder andere Formen der Selbstfürsorge. Und ich glaube auch, dass die Persönlichkeit eine gewisse Rolle spielt bei dem, welche Formen der Selbstfürsorge du brauchst. Und das hat mir das Human Design nochmal ganz, ganz krass vor Augen geführt. Zum Beispiel zum Thema Alleine sein. Es gibt einfach Menschen, die brauchen von ihrer Persönlichkeit her mehr Zeit für sich selbst und alleine und ohne andere Menschen. Und dann gibt es Menschen, die weniger von dieser Zeit brauchen. Und da gibt es eben nicht One Size Fits All. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit seinen Besürfnissen auseinanderzusetzen, entweder indem man einfach, ja, ausprobiert, erforscht, in sich hineinhört. Und so ein Tool wie Human Design kann einfach eine super Unterstützung sein auf diesem Weg. Deshalb wird es in der nächsten Podcast-Episode ja auch um den Zusammenhang zwischen Human Design und der Selbstfürsorge gehen. Es gibt aber auch zum Thema Bedürfnisse schon eine Podcast-Episode, die werde ich dir auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Und wenn ich sage, es gibt fünf Formen oder fünf Bereiche der Selbstfürsorge und idealerweise sorgst du in allen diesen Bereichen gut für dich, dann klingt das erstmal nach viel. Deshalb sage ich immer, fang irgendwo an. Hab nicht den Anspruch, darüber haben wir ja letzte Woche im Podcast gesprochen, der Anspruch perfekt machen zu wollen und hab auch nicht den Anspruch, dass eben immer alle Bereiche zu jeder Zeit komplett ausgeglichen bedient werden. Wie ich gerade gesagt habe, es gibt verschiedene Kriterien, die ja beeinflussen, welcher Bereich vielleicht gerade für dich ganz besonders wichtig ist. Und wenn du Selbstfürsorge schon eine Weile bewusst betreibst und eine Selbstfürsorge-Praxis hast, dann ist es eben auch so, dass du über manche Bereiche vielleicht gar nicht mehr nachdenken musst. Und das wird ein bisschen klarer, wenn wir uns jetzt gleich die fünf verschiedenen Bereiche anschauen. Vielleicht merkst du da schon, dass der eine oder der andere Bereich für dich völlig selbstverständlich ist und dass es da überhaupt nicht darum geht, dass du dich bewusst entscheidest, in dem einen Bereich gut für dich zu sorgen. Aber es kann auch sein, dass du jetzt merkst, so wow, okay, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, dann gibt es da doch viele, viele Themen in den verschiedenen Bereichen, die ich noch nicht angegangen bin und wo ich eben mich nicht besonders liebevoll um mich selbst kümmere. Und wenn das der Fall sein sollte, dann wie gesagt, stress dich bitte nicht, dass du all diese fünf Bereiche auf Anhieb abdecken musst und vor allen Dingen nicht perfekt, sondern such dir eine Sache raus, wo du das Gefühl hast, das spricht mich am meisten an. Und natürlich, klar, an dieser Stelle auch schon mal die Einladung zum Online-Kurs Fill Your Cup, weil wir da natürlich genau das machen. Wir schauen, was brauchst du wirklich und nutzen dazu all diese Tools, die Formen der Selbstfürsorge. Wir schauen aus Yin und Yang, wir schauen ins Human Design ganz intensiv in dieser Runde von Fill Your Cup rein. Also da wirst du auf jeden Fall auf dem Weg begleitet. Jetzt aber zu den fünf Formen der Selbstfürsorge, die ich in meiner Arbeit nutze. Und natürlich auch für mich persönlich. Ich nenne dir diese fünf Formen erst vom Namen her und dann gehe ich in jede dieser fünf Formen ein bisschen tiefer rein und teile ein paar Ideen mit dir, was das bedeuten kann. Also die fünf Formen der Selbstfürsorge sind für mich die physische, die emotionale, die mentale, die soziale und die spirituelle Selbstfürsorge. Die physische Selbstfürsorge, das kannst du dir wahrscheinlich denken, was darunter zusammengefasst ist. Die physische Selbstfürsorge ist grundsätzlich die Erfüllung der Bedürfnisse deines Körpers. Das bedeutet natürlich ausreichend Schlaf, Pausen machen, Bewegung, gesunde Ernährung, frische Luft. All das, was dein Körper braucht, um in seiner besten Verfassung zu sein, um gesund zu sein, um, ja, damit der dir als Vehikel in diesem Leben dienen kann. Und das sind so Dinge, wo jeder sagt, so ja, ist ja logisch, weiß ja jeder. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Was von diesen Dingen machst du wirklich auf einer regelmäßigen Basis? Sorgst du dafür, dass du genug Schlaf bekommst? Bewegst du dich ausreichend? Bekommst du frische Luft? Und so weiter und so fort. Und ich habe immer wieder, wenn es um das Thema Selbstfürsorge auch im Coaching geht, diese Momente, wo, und ich weiß, eine Kundin vor ein, zwei Jahren, die hat das mal so geil zusammengefasst, die meinte, krass, wie viel leichter der Arbeitsalltag ist, wenn man acht Stunden schläft, ausreichend isst und trinkt. Ja, so einfach kann es sein. Und das ist das kleine Einmaleins der Selbstfürsorge sozusagen. Aber eben, ja, eine Form der Selbstfürsorge, die tatsächlich viele Menschen im hektischen Alltag schnell mal untergehen lassen. Die zweite Form der Selbstfürsorge ist die emotionale Selbstfürsorge. Und ich sehe Emotionen als Botschaften deiner Seele. Und insofern bedeutet emotionale Selbstfürsorge, ja, auf die Signale für die Bedürfnisse deiner Seele zu hören und deine Emotionen ernst zu nehmen. Und damit einher geht für mich eben auch zu lernen, einen gesunden Umgang mit den eigenen Gefühlen, mit den eigenen Emotionen zu lernen. Das heißt nicht, Emotionen, die hochkommen, runterzudrücken, zu ignorieren, kleinzureden, sondern sie ernst zu nehmen, sie da sein zu lassen. Und auch dazu gibt es schon Podcast-Episoden, die verlinke ich dir auch gerne in den Show Notes. Dann gehört für mich zu emotionaler Selbstfürsorge sowas wie Vergebung. Das heißt eben zu schauen, gibt es in mir irgendwelche Emotionen, die ja noch ein Gräuel gegen jemand anderen oder auch gegen mich selber sind. Gibt es Emotionen, die schwer in mir liegen, weil sie noch an der Vergangenheit festhalten in irgendeiner Form. Dann Mitgefühl für dich selbst zu haben. Ich habe festgestellt, dazu gibt es noch keine Podcast-Episode. Das werde ich irgendwann demnächst mal nachholen. Aber Mitgefühl gegenüber deinen eigenen Gedanken, Emotionen, deinen Mustern, alles was dich bewegt, mitfühlend mit dir selber umzugehen und nicht so hart mit dir zu sein. Man könnte auch sagen, dir selbst eine gute Freundin oder ein guter Freund zu werden. Die dritte Form der Selbstfürsorge ist die mentale Selbstfürsorge. Und das bedeutet für mich, dich um deine mentale Gesundheit zu kümmern. Dazu gehört für mich Stressmanagement. Natürlich idealerweise Stressvermeidung bzw. Vermeidung des Stresses, der negativ für dich ist. Denn Stress ist nicht per se schlimm. Die Frage ist, warum stresst du dich oder welchen Stress hast du? Und ist das ein Stress, der dich kurzfristig pusht und weiterbringt? Oder ist es ein Stress, der dauerhaft ist? Ist es ein Stress, der dich runterzieht, der die Energie raubt und der eben deine Gedanken vielleicht immer wieder um die gleichen Dinge kreisen lässt? Dazu gehört für mich auch, in die Selbstverantwortung zu gehen. In die Selbstverantwortung für all das, was du denkst. Denn die Dinge, die du denkst, bilden die Grundlage für das, was du in deinem Leben erschaffst. Auch dazu gibt es schon eine Podcast-Episode. Auch die werde ich dir in den Show Notes verlinken. Das werden sehr umfangreiche Show Notes. Und diese Selbstverantwortung für deine Gedanken ist eben die Basis der Selbstverantwortung für dein komplettes Leben. Auch für deine Selbstfürsorge. Dann gehören für mich zur mentalen Selbstfürsorge so Dinge wie Lesen und Lernen. Nutz dieses wunderbare Organ, dein Gehirn, was dir geschenkt worden ist, für die Dinge, die es am besten kann. Neuen Input aufnehmen, kreativ sein. Das heißt, auch spielen gehört für mich zur mentaler Selbstfürsorge. Was auch immer spielen für dich bedeutet. Ob das jetzt heißt, dich kreativ auszudrücken in irgendeiner Form durch Schreiben, durch Malen, durch was auch immer. Oder ob spielen für dich bedeutet, durch Pfützen zu springen. Auf jeden Fall dich auch Kind sein zu lassen ein Stück weit und vor allen Dingen das Leben zu genießen und nicht so sehr den Fokus auf die Gedanken zu legen. Und ich glaube, der Grundstein für viele von diesen Ideen innerhalb der mentalen Selbstfürsorge ist, zu lernen, die eigenen Gedanken zu beobachten. Und da kann Meditation eine gute Unterstützung sein. Aber du kannst zum Beispiel auch über Journaling herausfinden, was du eigentlich denkst. Darüber, dass du dir zuhörst, wenn du über dich selber mit anderen Menschen sprichst. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, um zu lernen, Achtsamkeit für deine Gedanken zu entwickeln. Aber das ist für mich ja die essentielle Form der mentalen Selbstfürsorge. Denn nur dann kannst du eben auch dich dabei erwischen, wenn du zum Beispiel zu hart zu dir bist oder wenn du nicht in die Selbstverantwortung, sondern in die Opferrolle reingehst. All das funktioniert nur, wenn du lernst, Abstand zu deinen Gedanken zu nehmen und sie zu beobachten. Die vierte Form der Selbstfürsorge ist die soziale Selbstfürsorge. Das bedeutet, achte deine sozialen Bedürfnisse. In Kontakt mit anderen Menschen zu sein, in Kommunikation zu sein, um Hilfe zu bitten, ein ganz, ganz großes Thema der Selbstfürsorge. Und für viele Menschen eine riesengroße Herausforderung. Gemeinsame Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen, ein Support-System zu haben, was dich unterstützt, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn du einfach mal eine Umarmung brauchst. Und dieses Support-System kannst du dir kreieren, aber dafür musst du losgehen. Dann gehört für mich auf jeden Fall dazu, auch ein, ja, bewusster Umgang mit Social Media. Ich finde, Social Media ist ein wundervolles Tool, wenn man es wirklich nutzt, um sich sozial mit anderen Menschen zu connecten und dann vielleicht auch im echten Leben zu treffen. Und da haben wir so ein bisschen eine Schnittmenge zur mentalen Gesundheit. Zu viel Social Media Konsum, merke ich selber immer wieder, ist auf jeden Fall nicht besonders förderlich für die mentale Gesundheit. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt der sozialen Selbstfürsorge, und das ist zum Beispiel ein Thema, was viele Menschen vielleicht nicht sofort mit Selbstfürsorge in Verbindung bringen würden, ist zu lernen, Grenzen zu setzen. Deine Bedürfnisse auch zu kommunizieren gegenüber anderen Menschen, nicht nur deine eigenen Bedürfnisse dir selbst gegenüber ernst nehmen, sondern eben auch zu lernen, sie zu kommunizieren und eben auch Grenzen zu setzen. Und das kann, ja, je nachdem, was du in deinem Leben erlebt hast, was du für ein Mensch von der Persönlichkeit her bist, je nachdem, wie dein Umfeld gestaltet ist, kann das Setzen von Grenzen ein intensiver Lernprozess sein, nennen wir es mal so. Und damit kommen wir zur fünften und letzten Form der Selbstfürsorge, das, was ich spirituelle Selbstfürsorge nenne. Wenn für dich der Begriff spirituell nicht passt, wobei, dann glaube ich, würdest du den Podcast hier nicht hören, dann nenne es gerne anders. Was ich darunter zusammenfasse, ist, dich selbst kennenzulernen und dich um dein wahres Selbst zu kümmern und darum zu kümmern, dass dein wahres Selbst immer weiter zum Vorschein kommen darf und sich ausdrücken darf. Und meine wichtigsten Tools in diesem Bereich sind Journaling, das wird kein Geheimnis sein, Meditation, Atemübungen, zu all diesen Themen gibt es schon Podcast-Episoden. Auch die werde ich versuchen rauszusuchen für die Show Notes. Dann Achtsamkeit, ganz generell, sei es Achtsamkeit deinen Gedanken über, was wir eben schon im Bereich mentale Selbstfürsorge hatten, aber auch Achtsamkeit zum Beispiel im Einsatz deiner Sinne wirklich achtsam wahrzunehmen, was du tust, während du isst oder während du das Geschirr abwäscht oder durch den Wald läufst oder was auch immer. Dann ja, Zeit in der Natur ist für mich unfassbar essentiell in meiner Selbstfürsorge. Und das kann natürlich gleichzeitig auch physische Selbstfürsorge sein. Für mich ist es vor allen Dingen aber auch eben spirituelle Selbstfürsorge, wenn ich wirklich bewusst und achtsam mich in der Natur, an der frischen Luft bewege, den Vögeln zuhöre, meinen Baum umarme oder an Blumen rieche. Zeit mit mir alleine ist aufgrund meiner Persönlichkeit für mich unfassbar wichtig. Ich weiß aber eben auch, dass es Menschen gibt, für die das weniger wichtig ist. Ich ermutige trotzdem jeden Menschen, das mal auszuprobieren und zu versuchen, sich diese Fähigkeit anzueignen, Zeit mit sich selber zu verbringen. Und wenn du das magst, wenn dich das anspricht, dann können natürlich auch Rituale ein Teil deiner Selbstfürsorge sein. Das kann das Ziehen einer Orakel- oder Tarotkarte jeden Tag sein. Das kann eine Tee-Zeremonie sein. Was immer du für dich als Ritual verstehst, das muss keinen Regeln folgen, sondern das darfst du dir selber kreieren. Dazu gibt es ein schönes Interview auch mit der Christina Maria Gabriel. Das werde ich dir auch in den Show Notes verlinken. Ich sehe schon, da hast du auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Input, um da aus den ganzen Episoden in den Show Notes dir deine Selbstfürsorge selber zusammenzubauen. Ja, jedenfalls Rituale können ein schöner Bestandteil der spirituellen Selbstfürsorge sein, weil du einfach Zeit mit dir auch verbringst, bewusste, achtsame Zeit und auch eine Intention in so ein Ritual reinlegen kannst. Ja, das sind die fünf Formen der Selbstfürsorge, wie ich sie praktiziere, wie ich sie erkläre und wie ich sie lebe. Und natürlich, wie du gerade schon gemerkt hast, gibt es Schnittpunkte. Und du bist ein ganzheitliches Wesen mit ganz vielen verschiedenen Facetten und mit vielfältigen Bedürfnissen. Da gibt es nicht A, B, C, D, E, wo du ja eine To-Do-Liste abhaken kannst. Wie letzte Woche schon gesagt, Selbstfürsorge ist kein To-Do. Aber weil du eben ein so ganzheitliches und facettenreiches Wesen bist, lässt sich eben Selbstfürsorge auch nicht mit gelegentlichen Schaumbädern und Schokolade bedienen. So, das ist nicht alles. Wie gesagt, es darf sehr, sehr gerne Bestandteil einer Selbstfürsorge sein. Aber ich hoffe, diese fünf verschiedenen Formen der Selbstfürsorge haben dir gezeigt, dass da noch viel, viel mehr hintersteckt. Und dass es eben natürlich Dinge in der Selbstfürsorge gibt, die einfach eine kurzfristige Befriedigung bringen. Sei es jetzt, dass du zu einer Massage gehst oder sei es, dass du einen schönen Spaziergang machst. Aber es gibt eben auch Themen in der Selbstfürsorge, die eher längerfristig angelegt sind und die sich vielleicht am Anfang auch nicht so toll anfühlen. Sei es jetzt, dass du deine Ernährung umstellst oder sei es, dass du versuchst, in die Vergebung zu gehen oder dass du lernst, Grenzen zu setzen. Ja, das sind alles Themen, die ein absoluter Weg sein können, die eine Herausforderung sein können und die man eben deshalb auf den ersten Blick vielleicht nicht mit Selbstfürsorge in Verbindung bringen würde. Die aber, wenn du eben ein gesundes, erfülltes, entspanntes, gelassenes Leben führen willst, was deinen Bedürfnissen entspricht, was deinen Wünschen, deinen Vorstellungen entspricht, einfach unabdingbar sind. Und vielleicht hast du jetzt, als ich die fünf Formen aufgezählt habe, schon gespürt, okay, da liegt bei mir aber was im Argen. Oder vielleicht hast du auch erkannt, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ganz gut aufgestellt. Dann herzlichen Glückwunsch. Wenn du merkst, bei dir liegt was im Argen, dann schau, wo du anfangen möchtest. Überfordere dich nicht, nimm nicht aus jedem Bereich fünf Sachen und versuch sie alle umzusetzen, sondern lass dich da von deinem Gefühl leiten. Schau, was am meisten mit dir resoniert. Schau, wo du das größte Bedürfnis spürst, etwas für dich zu tun. Und dann fang in kleinen Schritten anders umzusetzen. Perfektionismus bitte draußen vor der Tür lassen, wenn es um Selbstfürsorge geht. Wenn du die Episode der letzten Woche noch nicht gehört hast, dann hol das gerne noch nach, falls du die Tendenz hast, zu perfektionistisch oder mit zu hohen Ansprüchen an Dinge ranzugehen. Ja, und wenn du das Gefühl hast, dass da eben noch Luft nach oben ist und du möchtest das gerne mit Unterstützung angehen, dann leite ich dich eben ganz herzlich ein, dir Fill Your Cup, den Online-Kurs für Selbstfürsorge und Bedürfnisse, genauer anzuschauen, beziehungsweise dir jetzt noch anzuhören, was ich darüber zu erzählen habe. Und in der nächsten Woche schauen wir dann, wie Human Design dich dabei unterstützen kann, die passende Form der Selbstfürsorge für dich zu finden, neben den Kriterien, die ich heute hier in dieser Episode schon mit dir geteilt habe. Wenn du vorhin schon im Intro oder jetzt während der Episode das Gefühl bekommen hast, dass das Thema Selbstfürsorge gerade für dich dran ist, dann gibt es jetzt noch ein paar zusätzliche Infos zum Fill Your Cup Online-Kurs, die dich in deiner Entscheidung unterstützen dürfen. Als allererstes möchte ich dich fragen, wünschst du dir Energie und Gelassenheit zu deinem Normalzustand zu machen und mehr Kraft zu haben, um aus Freude heraus für andere da sein zu können? Wünschst du dir Inseln im Alltag, auf denen du durchatmen und auftanken kannst und wünschst du dir regelmäßig und selbstverständlich Raum und Zeit für dich selbst? Und möchtest du in einen bewussten Umgang mit deinen Ressourcen in Job und Privatleben kommen? Und wenn dein Kopf jetzt heftig nickt, dann darfst du dich noch fragen, bist du bereit, selbst in die volle Verantwortung für deine Gesundheit und Zufriedenheit zu kommen? Bist du bereit, dich selbst zur Priorität in deinem Leben zu machen, statt nach den Erwartungen anderer zu leben? Bist du reif dafür, Pausen ohne schlechtes Gewissen zu einem selbstverständlichen Teil deines Alltags zu machen? Und bist du offen dafür, die Hindernisse deiner Selbstfürsorge anzuschauen und Ausreden nicht mehr gelten zu lassen? Bist du bereit, deine Überzeugungen zu hinterfragen und ein neues Mindset über deinen Stellenwert zu kreieren? Wenn dein Körper jetzt ganz doll Ja, 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 Ja sagt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Fill Your Cup genau die richtige Unterstützung auf deinem Weg in die Selbstfürsorge ist. Der Kurs hat schon in seinen ersten beiden Runden wundervolles Feedback bekommen, das kannst du bei mir auf der Webseite lesen. Aber ich habe jetzt, wie am Anfang schon erzählt, den Kurs nochmal komplett überarbeitet bzw. bin dabei. Es wird diesmal einiges anders laufen. Es wird voraufgezeichnete Videos für die inhaltlichen Dinge geben und natürlich Arbeitsblätter dazu, mit denen du arbeiten kannst. Und die Live-Sessions werden diesmal etwas anders ablaufen. Außerdem fließt mein ganzes Wissen aus den letzten anderthalb Jahren über Human Design und meine persönliche Erfahrungen mit diesem wertvollen Tool in den Kurs mit ein. Das heißt, du lernst auch ganz, ganz viel über dein Human Design. Es sind keine Vorkenntnisse dafür erforderlich. Und Human Design wird dich eben in diesem Prozess unterstützen, deine ganz individuell passende Form der Selbstfürsorge zu finden. Dann ist neu, dass der Kurs diesmal zehn Wochen gehen wird. Denn ein Feedback der bisherigen Teilnehmenden war, dass sie sich zwischendurch eine Pause wünschen. Das heißt, wir machen dieses Mal über Weihnachten und Silvester zwei Wochen Integrationspause, Integrationswochen, in denen du deine bisherigen Erkenntnisse ausprobieren kannst und wenn du Content vielleicht verpasst hast, den dann in der Zeit noch nachholen kannst. Und ebenfalls neu ist, dass es drei verschiedene Möglichkeiten zur Teilnahme gibt. Es gibt das Basic-Paket, in dem du die aufgezeichneten Videos und alle Aufgaben bekommst und in deinem eigenen Tempo durch den Kurs gehst und dich selbst auf den Weg der Selbstfürsorge führst. Und dieses Basic-Paket wird ab 2022 voraussichtlich dauerhaft verfügbar sein, sodass auch wenn du jetzt diese Podcast-Episode zu einem späteren Zeitpunkt als November 2021 hörst, du auch auf die Webseite gehen kannst und schauen kannst, ob du dort dieses Basic-Paket von Fill Your Cup nutzen möchtest, um in deine Selbstfürsorge zu kommen. Dann gibt es nur live ab November 2021 das sogenannte Live-Paket. Da ist alles drin, was im Basic-Paket drin ist und zusätzlich acht Live-Sessions in der Gruppe, die wir dieses Mal dazu nutzen werden, Fragen zu den aufgezeichneten Videos zu klären, Fragen zu deinem eigenen Fortschritt und natürlich auch als Möglichkeit nutzen werden, uns untereinander auszutauschen. Außerdem hast du die Chance, dass ich in den Live-Sessions bei konkreten Fragen in dein individuelles Human-Design-Chart schaue und dir damit eben wertvolle Impulse für deine Selbstfürsorge geben kann. Und im Live-Paket bekommst du außerdem einen Buddy an deine Seite. Das heißt, du und eine andere Person aus dem Kurs, ihr werdet euch über die gesamte Dauer des Kurses gegenseitig unterstützen und in dem Rahmen, wie ihr das möchtet, auch privat austauschen, um Verbindlichkeit zu schaffen und vor allen Dingen euch durch all die Hochs und Tiefs, durch die ihr während des Kurses vielleicht durchgeht, gegenseitig zu helfen, zu motivieren und füreinander da zu sein. Und das ist ein Element, das in den letzten Runden des Kurses unglaublich beliebt war und wo tatsächlich Freundschaften entstanden ist, was natürlich wunderschön ist. Als letzte Option gibt es das VIP-Paket. Da bekommst du alles, was Teil des Live-Paketes ist und zusätzlich zweimal 60 Minuten 1 zu 1 Beratung mit mir zu deiner individuellen Selbstfürsorge basierend auf deinem Human-Design. Also es ist quasi eine Beratung slash Coaching, damit du wirklich für dich in die Selbstfürsorge reinkommst, die zu dir und zu deiner Energie passt. Wenn du sagst, ich möchte da wirklich richtig, richtig tief gehen, dann ist das deine Wahl. Das VIP-Paket ist auf fünf Plätze begrenzt, das Live-Paket auf 20 Plätze, damit es überschaubar für alle Teilnehmenden bleibt und abwickelbar für mich. Das Basic-Paket ist unbegrenzt. Das heißt, wenn du dich für das VIP-Paket interessierst, ganz besonders dann, sonst vielleicht auch eben bei dem Live-Paket schau, dass du dir nicht super viel Zeit für die Entscheidung lässt, aber ich habe absichtlich die Anmeldung für mehrere Wochen geöffnet. Durch das Human-Design weiß ich einfach, dass es für manche Menschen wichtig ist, dass sie sich für solche Entscheidungen ein wenig Zeit lassen. Schau mal, was am meisten mit dir resoniert. Aber wenn du dich jetzt hier in irgendeiner Form angesprochen gefühlt hast und solange dir die Infos über den Fill-Your-Cup-Kurs angehört hast, dann schau auf meiner Webseite vorbei. Dort gibt es die Anmeldung. Alle Infos zum Kurs, auch noch Fragen, die häufig dazu aufgetaucht sind in der Vergangenheit und die entsprechenden Antworten natürlich dazu. Es gibt Stimmen bisheriger, TeilnehmerInnen und das alles findest du unter sarah-heinen.de slash Kurs. Und ja, ich würde mich wie gesagt riesig freuen, wenn ich dich auf deinem Weg in die Selbstfürsorge begleiten darf. Den Link zum Kurs findest du natürlich in den Shownotes zusammen mit wirklich einer großen Menge von Episoden, die ich jetzt hier erwähnt habe. Ich muss mal schauen, ich hoffe, ich kriege sie noch alle zusammen. Jedenfalls findest du all das in den Shownotes unter sarah-heinen.de slash Episode 238. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs das Einmaleins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben. Dort hast du auch die Möglichkeit, dir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch mit mir zu buchen, wenn du dir mit einem Coaching Unterstützung für deinen Weg holen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.